ja hallo hey was geht ab jeweils jeder bestellt hier von heutzutage von ebay und über internet handy ebene und ich habe mal nintendo switch mal gekauft ist gut von der grafik habe ich nicht so gewartet ist sehr toll und dann war ich mal ebay da muss ich auch ein spiel kaufen dann habe ich für fifa 19 gekauft aber gebraucht und dann habe ich ein sehr tolle nachricht ich wollte das mit euch also mitteilen ich hatte noch nie noch nicht so was ich wünsche viel vergnügen und zudem ich sehr über eine positive bewertung freuen natürlich bekommst du das also das war ich nicht das hat der dem ich also gekauft habe gut das wollte ich euch mal noch mal mitteilen weil das hat mich sehr also gefreut ich finde das sehr gut